Das ist der nächste Kielersee. Nach der Ferien-Neuherrn und Projax. Wir begrüßen uns auf Reiten mit Lackenbau, beziehungsweise Reihenbautechnik. Der Ferien-Tisch, wie läuft es hier? Ah, jetzt ist es gerade so sehr schön. Wann da ist es? Wann da ist es? Ah, es sieht erstmal gesund aus. Links wird es unter uns, hey. Ich hätte immer nur noch Reinfahrten können, aber jetzt können wir auch hier raus. Schwerbüllabziehen, die gefolgen auf. In einem Kilometer links abbiegen. Jetzt sind wir bei. Bei uns haben sie die Abprobe-Termine individuell gelegt. Das hat ja gar nicht so konft, noch konft und sperrfelsammeln. Das war schon richtig. Ja, jetzt machen wir den Schussfluss. Ich weiß nicht, wie... ...ein Weg zu berühren und das hier... ...ein Schussflussfluss. Das haben wir hier dann auch... ...die gleichart oben überstehen. Und jetzt... Bahnhof... ...Feldweg und Bahnhof. Jetzt... ...und das Dampfbusier wieder finden. Bahnhof, der Bus ausrichten. Jetzt sage ich es dir nicht. In 300 Metern links abbiegen. Auf die B320 am Bahnhof. Richtung den großen Luftbereich ausrollen. Letztens. In 80 Metern links abbiegen. ...und die B320 am Bahnhof. Das ist ein Automasseller. Ich glaube, da oben da wurde das Dampfbusier. Jetzt fängt es um... ...in 200 Metern links abbiegen. Da kann ich nicht hin. Auf jeden Fall ist es im Dachsbusier. Jetzt wenigstens abbiegen. Da ist schon weit. Und da ist unsere neue Füße. Boah, warum muss man dann am Weg überlaufen? 2,4 Kilometer der Strasse von Wien. Der Dachsbusier. Der Dachsbusier ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist aller San similarities. Und es hat nicht dashebend. Eine noch einfach ein Auto. Ich denke ich habe noch viel laufen zu haben. Wild, ja nice! In der Sch player irgendwo müssen wir einfach wissen. Wie habe ich jetzt gemacht? Nein, independently. Aber jetzt ... Falls das nicht wir ancora haben,